Ich war ja an der Uni und das war auch so der Klassiker. Die Vorlesungen kennt man auch, der Professor kommt raus. Es gibt natürlich viele, die voller Feuer sind, aber bei mir war das auch so, innerhalb von fünf Minuten war das Tafelbild voll, weggewischt. Nochmal fünf Minuten, Tafelbild wieder voll, Skript 180 Seiten, Hieroglyphen. Und dann, keine Ahnung, vielleicht war ich auch einer schon der Ersten, der im Internet dann aktiv nach Mathe gesucht hat auf YouTube.